Ich habe hier den Ikiru drauf. Ganz kleine Würfe. Oh, da! Da habe ich wieder einen schönen Fisch gesehen gerade. Jan? Meinst du, war das wirklich ein Barsch? Ja, guck mal, er zählt schon. Er ist so ganz aufgeregt. Ah, da! Fisch! Ich habe einen! Ich habe einen Fisch! Wir haben es geschafft! Siehste, wer für der rechte Hechtmeister wäre? Ja, der Hechtmeister wäre sonst. Das war ein Karpfen! Der Hecht war nur daneben. Und er hat ihn voll genommen heute. Das ist unglaublich, was in so einem kleinen Gewässer ist. Und Salah wollte dich anhalten. Siehste, Salah? Ich habe dir gesagt, halt ab und zu mal an, wenn ihr so einen schönen Gewässer seht. Oh, das ist geil! Das ist geil! Es hat geklappt!